aber vielleicht ist Tim böse dann sollten wir ihn voten hast ja recht so moment ich muss den alert also der alert ist erstmal vielen dank aber der alert spielt die 50er so erst mal im mongers einem alten neuen rechner das lag trotzdem hat also gar nichts damit so ihr kleinen ganoven was geht in ab es gibt neues was steht bei euch an das ist eine interessante frage aufgrund von corona weiß ich das gar nicht wie das die letzten jahre war waren letztes jahr frei bäder offen blöde frage meine ich aber ernst ich habe nämlich keine ahnung wann letztes jahr frei bäder offen oder waren die wegen corona geschlossen habe keine ahnung habe ich alle frei bäder dies bei uns in dortmund und der umgebung wo wir gewohnt haben man war nämlich irgendwann geschlossen also komplett konnte slot ein termin oder das ist aber mit termin ist doch dann bestimmt voll geil dann war doch nie voll oder und war doch immer so locker das ist aber flockig oder nicht oder aber fett dann ich als ich damals ganz ganz früher immer im freibad war dann sind wir immer am wochenende richtig früh hingegangen also so die die ersten so zum aufmachen dann haben wir es aufgemacht 6 30 oder so und wir sind dann immer wieder gefahren gegen 11 12 wenn es wieder voll wurde aber das war trotzdem arschkalt noch aber eine gute zeit vor den augen meiner katze und mir oder was zeit jeff getötet du dachtest ich bin das ja ich war doch gar nicht mehr da du standest doch noch mit wie wie dran als das licht hat angegangen blöde frage solange west noch lebt hat sind die settings einfach nicht geladen ich glaube das ist noch wegen der neuen map oder ja die die tasks ja sechs stück so moment ihr habt nur sechs okay denn das meinte ich gar nicht einfach nur spaß ich meinte das also moment die du was beim licht fixen eben oder was ja ich bin weggegangen als das licht also schon bevor der licht kasten fertig gemacht wurde weil ich gesehen habe das macht jemand nicht so ein stück runtergelaufen und als ich unten also sich so runtergelaufen bin ist neben euch jeff geplatzt und du und tim standen am kasten weil ich war schon aus dem kasten raus weil ich wollte gerade loslaufen und für mich gerade losgelaufen also ich weiß nicht ob das vielleicht vom delay her irgendwie ist aber es ist doch wahrscheinlich dass keiner von uns war oder ich denke das ist eher im urlaub oder es war lumi nein das war ich nicht dem der hat mich geschildert und menschen ist halt wirklich nach einer sekunde weggegangen ich überlege halt nur warum soll nur den sass auf sie machen und dann wieder sagen sie war es nicht aber warum würdest du das tun tim ich bin weil ich tracy bin nur weil ich konnte nicht killen ich war gehandkauft aber immer noch ne also da waren auch nur drei leute also da kann gar kein double kill aber haben auch gesehen dass der vent aufgegangen ist er doch dieser zu viel also ja wir waren mitbekommen dass zwei leute tot sind oder juli ist auch tot und die wurde aber nicht angezeigt ich habe es rausgefunden und moment die ja haben julie und jeff umgebracht wie wir hat juli gegessen alle sind böse war nicht beim leid und timos war die ganze zeit bei mir der hat nichts machen können ich habe auf die katze aufgepasst weil die war so klein kann man spielt gar nicht mit heute dass da keiner als kinder imposter schon killen eigentlich ja klar ja das war mit einverständnis der eltern genau die zettel halt in 06 also nicht schlimm und dann sind wir auch schon fertig wenn ich nicht umsonst den task ich hätte gerne gewusst wer telebot mein outfit ist ziemlich cool genau so wie wenn ich orange hätte als habe würde ich jetzt kennig durch ich hab der hoodie bleibt schwarz oder was ist passiert da liegen zwei leichen am lichtschalter eine wurde von einer hellen farbe getötet und die andere will ich nicht sagen ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich weiß okay 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 ja also ich nicht verstehe du würdest wegen dieser info niemals button drückt ja das ist ja auch weil ich glaube dass die ja nicht durch sind aber wir haben sie dabei der macht das in taschen nicht aber vielleicht ist böse dann sollten wir ihn wohnen hast ja recht aber ich habe julie nicht am licht gesehen also ich muss ja vorher gestorben sein es liegt zwei also zwei geister sind vom licht einer ist beim upload und andere liegt in der mitte genau am lichtschalter warum bin ich jetzt nicht nice geste ich würde so gern medium auf dich machen ich habe wie wie killen sehen was war das denn war ein scherz wollte ein bisschen spice mit rein ich hab die gehörte ich hab die gehörte ich hab die gehörte ich wollte ein bisschen spice ach so ja wir haben wir haben kerstes bei wir haben medium flask das sind ja ich mache ich jetzt gleich sehr gut nach massiv jetzt ja gut aber timo russ ist safe da wirklich nichts gemacht ja wohl auf jeden fall wahrscheinlich gedrückt damit wir ihn wollten ich werde noch mal julie gekillt for electrical oder jeff lag also jeff wurde vor unseren augen gekillt da waren tim vivi und franzi problem ja das ist so schlimm jetzt also entweder kriegt das war geil dafür mach ich franzi fertig franzi ist crewmate hier wird sowas von weggesnipet von mir das hat sie davon komm lass mich bitte noch einmal in meeting kommen dann mach ich die kann mir sagen warum das nicht verstanden kann ich gewinne ich als shifter oder was ich weiß nicht warum das passiert ist ich glaube nicht dass es ein sheriff war ganz schön nice von dir auf jeden fall ich habe den teleporter im admin genommen rüber auf diese reaktor seite kann mir einen wie der tiebreaker funktioniert ja wenn du teist dann gewinnst du den vote deswegen warum ist terse gefällt weil ich tiebreaker ich würde ganz gerne hören was linda zu sagen hat ich auch ich hab den teleporter im admin genommen dafür zu der reaktor seite kurz danach ist franzi auch mit mir rüber teleportiert und dann bin ich nach unten gelaufen und in diesem decon lag lumi aber da war noch eine dritte person gerade ich bin von reaktor gekommen ich bin von reaktor gekommen und ich habe gesehen dass die tür nach decon aufgegangen ist dann bin ich rüber gelaufen und habe die tür mit euch aufgemacht und dahinter liegt die leiche von ich habe nicht so richtig gesehen ob du da rauskommst du da reingelaufen bin ich nicht zu 100 prozent nicht das ist auch ja keine ahnung warum franzi gegessen wurde ich auch nicht also den kill haben also der kill ist jetzt habe ich auch noch nicht so lange weil die runde ist ja nicht so lang dann würde ich halt rein theoretisch die leute rausnehmen die eben gerade bei uns waren das war ein luni wer stand noch mit am tisch ich glaube entweder wieder dalo ich war auch noch da ich glaube tatsächlich das team wahrscheinlich wirklich ein poster ist und was ich kann little cat auch rausnehmen weil wir zusammen und und ich glaube tatsächlich das lässt kein bester ist um ehrlich zu sein da bin ich mir hundert prozent sicher ja er ist kein gestor zu 100 prozent und ihr kennt mich doch also ob ich den button drücken würde wenn ich jester wäre als ob du den button drückst um medium infos zu droppen ich hätte halt gerne lunatics aussage gehört ob sie wirklich nach lindern darüber wie lange linda da war ich weiß die leute müssen ja auch gesehen haben dass sie sich rüber teleportiert haben weil der teleport im admin ist fragen ist wie viel früher als sie war es so drüben du mir ist jackal und leute moment also ich habe erste geboten weil ich davon ausging das erste keiner bautet ja das war ja wohl ich habe erste ja nicht absichtlich gekillt bett ich muss ja auch wenn wo es gibt ja kein skip button das heißt ich hatte ja keine wahl so das war ja das war ja nicht ich weiß das ist nur ein joker also da hatte ich ja da konnte ich ja gar nix für oha hallo gerade raus gerannt ja ich wurde geworloppt wisst ihr was ich mir eher vorstellen kann also es kann auch sein dass da doch gerade gekillt hat aber für den key eben es könnte auch vampire sein das kann auch sein und es kommt eigentlich nur einer dafür in frage ja das wäre dann ich aber da lag ja pass auf das das wäre schwierig weil da liegt überall knoblauch könnt ihr gerne gucken vom licht und beim atmen table ist alles voll gekleist mit knoblauch ja dann kannst du ja auch eher dass es warlock ist hast du einfach getötet gerade ich war in der port animation du hast bestimmt recht gedrückt ich bin nach ich bin nach oben gelaufen richtung greenhouse ich laufe nach unten du portest dich gerade weg und lina liegt einfach so frech auf dem teleporter drauf weiß weiß was wir versuchten scheiße ich dachte ist er hat keine chance mehr oder hat nicht gesehen dass er weiter gelaufen könnte da nur gewusst haben was lunatic für eine rolle hatte da aber wahrscheinlich hat einfach getötet ich glaube dass da einfach getötet hat die will gestern waren wenn die wände es nur fünf sekunden sind er reporten können er kam auch dran hat vorhin bei dem kill vorstellen kann ist oder auf dich medium es haben sich halt voll viele gecovert bei dem kill auf lumenti als es wirklich ein vampire war der letzte der gecovert wurde war halt tim wo wii meinte so ah ja der war übrigens auch unten bei uns wenn es halt event war dann könnte das vielleicht auch gewesen sein aber es ist nicht ich glaube nicht dass es ist wirklich also es ist meistens bei mir können wir killing rolls schon draußen haben mit darges wie fatal ist es jetzt wenn ein falscher fliegt sehr fatal haben wir haben wir schakal mit drin weil die könnten sich ja gegenseitig gekillt haben vielleicht aber ich würde darauf nicht i don't think so was denkst du es body also entweder ist flerskeit eine rolle die ich denke oder er ist ein post dann hat die leichte halt hingelegt das mit zur vage ich plädiere auf was denkst du denn welche rolle es ja aber das geht ja gar nicht ja oder medium so wäre da noch gerade nicht gestorben ob jackson das spielt nichts so rolle also ich rein theoretisch würden wahrscheinlich dann ich habe fest geworden weil er kein schester ist ich habe geskippt weil da wie wir gestern waren ich habe wenigstens ein imposter gekillt also kommt mein 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 job hier alles getan aber ein imposter aber alles richtig franzi ist selber schuld weil sie gesagt hat nice hast du das gemacht franzi hat sich das also franzi hat ja mich gecallt franzi hat ja gesagt nice hast du das gemacht das hat niemand Ich konnte nicht killen, weil Tim mich die ganze Zeit verfolgt hat. Ich hätte dich niemals verraten, als ob ich dich beschütze. Ich weiß nicht. Ich habe schon überlegt, dich als Sidekick zu machen, aber wir haben uns so krass gecovert, da war es schwierig. Ich dachte, das ist meine Poster-Kollega. Was war da, du Karl? Moment, ich habe mir ein Poster gekillt. Ich war Swapper. Ich habe mit Franz die Rollen getauscht und dann sagt Franz im Meeting, nice hast du das gemacht. Und bevor ich es noch mal verraten werde, dann habe ich es lieber geschockt. Oh, der ist ein Lady's Goat. Das ist ja toxisch, Darlucat. Wow. Habe ich lieber gedrückt. Aber Karma. Moment, aber dafür habe ich ja auch Terst als Tiebreaker rausgehauen. Also es war ja auch okay. Ja, das war ja schön. Ja, das gleicht sich auch. Tiebreaker OP. Okay. Ich liebe sie. Ja, das war ja schon. Untertitelung des ZDF, 2020